jo leute und damit willkommen zurück zu live in the woods mit dem flash nach der kurzen aufnahmepause nach der kurzen nach dem test dann nicht gegen mit einmal naja in der zeit habe ich oft wie das gemacht was ich gesagt habe den back abgetragen so wie du ja und dann noch das texture pack reingenommen warum vorne blendet gucken oder mache ich das noch fertig kurz ja dann verschwinde ich gleich wieder in die hölle 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 meine musik war nicht drauf jetzt ist er weiter drauf ich hab das auch ausklären wieder nicht komisch warum die nur bei winem weggegangen ist die einstellung ja was will ich machen welche ecke habe ich doch schon ran hier habe ich doch schon so ran gemacht wo du jetzt noch weitermachen kannst du das dach kannst du doch wieder so ran machen dann hattest du hast nicht viel höher gemacht hinter dir guck grad hier hinten und da wo du die letzte stück ran gemacht hast ist vollkommen falsch habe ich nicht zugehört habe ich nicht mitbekommen da doch nicht da kommt doch die ecke noch ran ich meine das ding hier eigentlich da muss die noch ran ja ich meine das ding ich meine das ding Um, das ist 6. Boah, ich habe hier genug gefallen. Sack, zack, so. Habe ich, habe ich. Boah, da hattest du dir da. Hast du wieder umgestellt? Habe ich schon gemacht. In der Zeit, wo ich hier rumgebuddelt habe, weil ich das ausgeschaltet habe. Dass es noch wird. Habe ich wieder angemacht. Nyaaau. Du kennst uns, die Wingna. Ich lieg. Du kennst uns, die Wingna. Du kennst uns, die Wingna. Hat schon ganz schön lange gedauert, dass man abtragen. Als du weg bist, habe ich damit angefangen. Frisch neu habe ich mir dann noch was zu essen gemacht. Was schnell ist. Ich habe in den Balkons Videos geguckt. Das habe ich auch. Das muss noch später angepasst werden, hier alles ein bisschen. Mit den Ecken. Ich muss hier noch dicht. Komm schon unter Wasserhöhle, die hier ist. Mach ich jetzt aber nicht. Hauptsache, das ist das mal gemacht. Tora. Wie riecht es gerade so grün wieder? So. Gar nichts. Hm? Ja. Na? Ja. Vielen Dank. Ja, da konnte man eh trotzdem was noch nix machen gerade, weil die Kühe noch schon sind. Später kann man das noch ändern. So. Ich hab das mal so ne Treppe zum Portal gemacht. Ah, kann ja auch bald runter. Obst du dann ne Schräge noch bauen, ne? Ja, ja. Na sicher doch. Ich will jetzt hier komplett ein Glas reinmachen. Ja, ja. Welches Glas? Äh, hab ich das vielleicht bei mir? Nö, das ist das, was du oben auch drin hast. Da hat das mit dem Stone Frame. Ja, das ist so. Die haben alle so ein Frame drin. Aber ich jetzt hier, hab ich jetzt, hab ich jetzt das normale Glas, ne? Das ganz, ganz normale. Ganz, ganz normale. Was, schicka? Oh, ich muss es wissen, weil dann kann ich nämlich hier, nämlich so weit ziehen, hier bis zur Mitte. Kann die Glas schon reinziehen, damit die Kühe nicht abhauen können. Hä? Wie wirst du in der Mitte, dass die Kühe nicht abhauen können? Ich wollte, ja, damit die Kühe nicht hier auf die Stufe gehen. Dann wollte ich hier schon Glas dran ziehen, eben nur die erste Reihe hier. Dann kann ich die Kühe hier reinlassen. Weil ich hier noch Zaun hin machen wollte. Was? Wolltest du die jetzt mal hier hin tun, oder was? Ja, dann kann ich den Berg nämlich abtragen. Bisschen weiter rein. Warte mal, ich hab... Beseit sollte ich auch fertig haben. Ja, ungefähr, also mittig von dem Feld hier noch so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss aber erst mal. Ähm, beiseit hatte ich, glaub ich, der... Da, ja. Ich muss meinen anderen Break auch gleich jetzt mal noch lernen. Das ist auch immer so zu geil, wie schnell voll das alles wird. Ja, deswegen. Besonders, wenn du so viel abträgst. Okay, aber jetzt schlupf die Nase. So ein kleiner Kuxer bist. Ja. So. Das passt gar nicht. Was halt besser aussehen will, wo man komplett durch kann. Ja, ich weiß nicht, hast du denn jetzt, hast du denn jetzt, hast du hier connected auch bei den normalen Scheiben? Ja. Ja, dann würde ich die nehmen. Weil bei den oberen hast du ja diese komischen Streifen drin. Ja, du kannst ja auch mal gucken, da hab ich das mit den Streifen gemacht gehabt. Dort bist du disconnected und ich hab ein paar Salz bekommen. Okay. Ja gut, das fliegt komisch, aber so zur Zeit immer wieder raus. Ne, hier hab ich das mit den Streifen genommen gehabt. Alter wohl, aus dem Grund, weil man das auch so normal abbauen kann. Wie da. Was bei den Streifen? Das hier. Weiß ich nicht. Na, jetzt hast du, guck mal, da hast du ja viele Streifen drin, ne? Wenn das jetzt mit dem anderen normalen was, dann hast du ja keinen Streifen. Das ist ja komplett alles. Warte mal. Ähm. Das ist Nummer 20 gewesen. Ja, Nummer 20. 20. Ja, siehste. Ich hab in dem Text, Texturmbelk, komischen Kackframes drin. Ich hab jetzt komplett alles glasklar. Komplett als ob da nichts wäre. Ja, ja, alles klar. Ja, ich weiß nicht, an welchen Texturmbelk das liegt, deswegen. Ich hab meine Texturmbelk wechselt gehabt. Okay. Was lag an dem unteren? Hier ist wieder alles in Ordnung. Das lag an einem, was ich da mit drin hatte noch. Jetzt alles perfekt. Komplett, ja, machen wir so halt, ne? Mit dem normalen Glas. Ja. Brauchen wir das nicht nochmal extra schiffen? Ne, weil, nee, ich muss es ja auch wissen, weil, dann kann ich, wie gesagt, die Kühe jetzt gleich da reinholen, dann können die da schon mal drinnen bleiben. Weil ich mach nämlich dann vor dem Tor, weil ich noch Druckplatten nenne, nur für Animals. Ich glaub, da kannst du es auch einstellen. Aber ich hab jetzt noch ein bisschen Glas. Ach, Kacke. Ich vergesse, dass sie das machen, kannst du mir mal deinen Hammer geben. Ach, nee, das ging ja mit dem Tor nicht, ne? Was? Warum war ich da jetzt Steinringe setzen? Du bist so ein Anubis-Kind, ne? Ich weiß. Das passiert mir jedes Mal. Hier, nimm da ein Stink-Gem-Basalt mit. Lass doch einfach. Wollte da grad schon wieder raufdrehen. Was ist da einfach nicht an? Gott, ich muss ja echt jetzt mal meine Bags leeren. Die Frage, was du mich für ein Hornwitz hast. Ja, ja. Ich bin ja immer schlau, was das angeht. Ja. Garbeter Pressureplates. Dann mach ich nochmal ein paar... Carpenter, obwohl ich noch, glaub ich, zwei Kisten mit Carpenter voll hab. War nicht mehr ganz. War nicht mehr ganz, aber trotzdem noch genug. Na, warte mal, wie ging denn hier? Da, Zäune. Ach, da muss ich eh Carpenter's herstellen, deswegen kriegen wir welche raus. Da wird genug vorproduziert. Mhm. Das hat reichen für einen Zäun. Hier ist der Text. Dann kommen die da auch erstmal weg. beim bachen beim wenn ich und schilder was gucken Vielen Dank.